guten tag liebe zielgruppe und herzlich willkommen bei song at home hier in der schaltzentrale der macht zur ausgabe 451 heute gibt es was von billy nicht billy die kids oder billy eidel der mann mit der dicken lippe heute ist donnerstag heute ist ein schöner tag ich habe nämlich heute auch tickets klar gemacht für die bischmo tour 20 23 es hat funktioniert ja was gibt es von billy natürlich white wedding vom 1982er album billy eidel was für eine überraschung und allerdings in der kurzen version ich möchte euch ja nicht über viel spaß hey little sister what have you done hey little sister who's the only one hey little sister who's your superman hey little sister who's the one you want hey little sister shotgun it's a nice day to start again it's a nice day for white wedding oh it's a nice day to start again it's a nice day to start again hey little sister who is it you're with hey little sister what's your vice with hey little sister Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 It's a nice day to start again Come on, it's a nice day for a white wedding It's a nice day to start again There is nothing fair in this world, baby There is nothing safe in this world And there's nothing true in this world And there's nothing cure in this world Look for something left in this world Start again Come on, it's a nice day for a white wedding It's a nice day to start again It's a nice day to start again It's a nice day to start again What you want is a nice day for a white wedding Wieder mal eine dicke Lippe riskiert Mr. Beauty Idol und White Wedding Ich danke fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende vor euch Und freue mich wie immer auf Teilungen, auf Kommentare, auf Rückmeldungen Und natürlich auch, wenn wir uns wiedersehen Schon nächste Woche zu Songend Home 452 Bis dann, ciao! Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020